...dem Dave und der Startnummer 73. Ein Rundfunk! Da ist es eine Lunde. Er hat einen Rundfunk. Oh, das ist es? Ja. Ein Rundfunk! Ein Rundfunk! Ein Rundfunk! Oh, das ist gut! Ich bin der erste Start heute, Michael ist dein erster Start in Italien. Komm jetzt zur Folge, mit der Karte und Penny. Tschüss! So!